Neue Hinweise und Informationen zum zweiten GTA 6 Trailer. Wie könnte der Trailer aussehen? Wie könnte er aufgebaut sein? Und wahrscheinlich die wichtigste Frage, wann könnte der Trailer denn erscheinen? Das alles werden wir heute in diesem Video besprechen und uns mal anschauen. Und falls es dir jetzt schon mal gefällt, dann zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und falls dir mein Content allgemein gefällt, dann würde ich mich natürlich auch mega über ein Abo von dir freuen. Und um keine neuen Videos von mir zu verpassen, aktiviere ganz wichtig die Glocke. Aber jetzt würde ich aber sagen, reden wir gar nicht lange und fangen direkt an mit dem heutigen Video. Und als erstes reden wir mal darüber, wie der Trailer denn aussehen schrägstrich aufgebaut sein könnte. Dazu gehen wir aber nochmal kurz zurück zum ersten GTA 6 Trailer und schauen uns mal an, was wir dort alles sehen konnten. Wir haben zum ersten Mal die zwei Hauptcharaktere gesehen, nämlich Lucia und Jason. Wir haben zwar noch nicht so viel über sie erfahren, aber wir wissen, dass es quasi eine Bonny und Kleid Geschichte werden wird. Weil wir haben ja auch ziemlich viele Überfälle im Trailer gesehen. Dann haben wir noch ziemlich viel von der Map allgemein gesehen. Also wir haben den südlichen Teil, nämlich Weiß City Beach gesehen. Wir haben den nördlichen Teil, nämlich Port Gellon gesehen. Und ja, ich glaube, man kann sagen, dass man schon mindestens die Hälfte von der Map gesehen hat. Das Einzige, was wir nicht gesehen haben, waren jetzt halt so klassische GTA-Missionen. Wir haben halt nur so Zwischensequenzen gesehen, mit halt Musik im Hintergrund. Wenn wir jetzt aber nochmal ganz weit zurückgehen, nämlich an den 2. November 2011, wo der erste GTA 5 Trailer erschienen ist, dann fällt uns auf, dass es überraschend ähnlich ist wie bei GTA 6. Also wir haben quasi die Open World gesehen von GTA 5 und auch die Charaktere zum ersten Mal. Beim zweiten GTA 5 Trailer dagegen haben wir dann Missionen gesehen und wir haben auch die Charaktere etwas näher kennengelernt. Also wir haben quasi schon gesehen, was ihre Eigenschaften sind. Und wenn ihr jetzt denkt, dass das nur Zufall gewesen ist und dass es bei GTA 6 komplett anders laufen könnte mit den Trailern, dann schauen wir uns doch mal noch einen Titel von Rockstar Games an, nämlich Red Dead Redemption 2. Da war es nämlich genauso. Also wir haben im ersten Trailer die Welt gesehen, dann haben wir noch ein bisschen die Charaktere kennengelernt, also Dutch zum Beispiel. Und im zweiten Trailer von Red Dead Redemption haben wir dann genauso wie bei GTA 5 auch Missionen gesehen und wir haben die Charaktere auch etwas näher kennengelernt. Und wie schon gesagt, im ersten GTA 6 Trailer war es ja auch eine Aufeinanderreihung von 10 und wir haben auch ziemlich viel von der Open World gesehen und zum ersten Mal die Charaktere. Und dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass man im zweiten GTA 6 Trailer auch Missionen sieht, wie bei Red Dead Redemption und bei GTA 5. Und dass man halt die Charaktere, nämlich Lucia und Jason, halt etwas besser kennenlernt. Manche vermuten ja auch, dass es ein Gameplay Trailer werden wird, aber das glaube ich jetzt eher nicht. Falls es ein Gameplay Trailer geben wird von GTA 6, dann glaube ich, dass er eher im dritten GTA 6 Trailer kommen wird, weil es hat ja Roxy Games bei GTA 5 und bei Red Dead Redemption auch nicht gemacht. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, wie dieser Trailer denn aufgebaut sein könnte und jetzt klären wir mal die wichtige Frage, nämlich wann dieser Trailer denn erscheinen könnte. Da kann man natürlich kein genaues Datum nennen, aber man kann zumindest den Zeitraum vom Trailer ein bisschen eingrenzen. Wenn wir wieder mal auf Red Dead Redemption 2 schauen, dann wurde der erste Trailer am 20. Oktober 2016 hochgeladen und den zweiten Trailer von Red Dead Redemption 2 wurde dann eben am 28. September 2017 hochgeladen. Dazwischen liegt also eine Zeitspanne von einem Jahr und zwei Monaten, also ja, man kann sagen, grob ein Jahr später wurde der zweite Trailer released. Und bei GTA 5 war es überraschend ähnlich, da wurde nämlich der erste Trailer am 2. November 2011 hochgeladen und der zweite Trailer wurde eben am 14. November 2012 hochgeladen. Also wieder grob gesagt ein Jahrunterschied. Und so macht es Rockstar Games ja quasi bei fast allen ihren Spielen, nämlich ist immer ein Jahrunterschied zwischen dem zweiten und dem ersten Trailer. Und bei GTA 6 kam ja der erste Trailer am 4.12.2023. Und wenn wir jetzt auch wieder so rechnen, dass der zweite GTA 6 Trailer auch wieder eine Zeitspanne von einem Jahr dazwischen hat, dann könnte dieser nämlich am 4.12.2024 erscheinen. Natürlich könnte er auch ein bisschen früher oder ein bisschen später kommen, aber ich glaube ungefähr könnte man sagen, dass dazwischen eine Zeitspanne von einem Jahr liegt. Und Freunde, ich möchte jetzt hier nochmal kurz anmerken, das sind natürlich nur Vermutungen, also es könnte theoretisch gesehen so sein, aber sicher weiß man natürlich nichts. Falls du bis hierhin geschaut hast, dann schreib mir jetzt dieses Emoji in die Kommentare. Schreib mir aber auch gerne mal deine Meinung in die Kommentare, wann du denn denkst, dass der Trailer online kommt. Und lass mir auch gerne ein Like da, das würde mich auch auf jeden Fall mega supporten. Und vergesst nicht mehr ein Abo dazulassen, falls dir mein Kanal und mein Content gefällt. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, ciao.